Majorette Tune-Up Serie 2 mit 7 tollen Überraschungen. Auf dich wartet ein tolles Unboxing-Erlebnis. Entdecke alle 18 Fahrzeuge mit coolen Tuning-Teilen und Sammelbox. Neue Autos, neue Farben und jetzt auch mit stylischen Chrom-Body-Kits. Wie in der echten Tuning-Szene. Tune den extrem limitierten Ford Bronco Wildtrack. Eine echte Offroad-Legende. Der super seltene Audi R8 Greenhair. Mit extra glänzendem Body-Kit und breiten Reifen. Ein echter Hingucker in jeder Sammlung. Cooler Chrom-Effekt. Auf geht's in die Tuning-Werkstatt. Hier kannst du alle 18 Autos entdecken. Bau dir dein individuelles Fahrzeug zusammen. Und für den letzten Feinschliff gibt es in jeder Box auch ein Chrom-Sticker-Sheet. Wow, die Autos kommen mit knalligen Body-Kits und Zubehör zum Tauschen. Fertig getunt und los. Finde alle Fahrzeuge der Kategorie Cool, Rare, Super-Rare und den ultra seltenen Ford Bronco Wildtrack. Die Majorette Tune-Up Serie 2. Jetzt neu mit Chrom-Effekten.